Am 5. September 2020 findet der erste deutsche Innovationsball in der Gruber Halle statt. Wir freuen uns darauf, dass wir persönlich dabei sein werden und dass unser Bier dabei ist. Wir wünschen den Veranstaltern ganz viel Erfolg für diese Veranstaltung und freuen uns auf einen neuen Ball in unserer Stadt.